alle leute erhören ethische Musik die ich gefunden habe also es ist das ist doch nicht in Ruhe okay und ja ich hole mal wir fangen jetzt noch mal von neu an kein Plan warum weil es will weil es will auch gar nicht mehr muss nehmen weil ich fand es gleich beim Sparen ein Haus bauen ist es ja deswegen sind wir mal weit gefahren gefahren wir wollten jetzt also wir haben beschlossen dass wir wieder getrennte Äußer machen ja genau Nachbarn also wenn wir wirklich buchstäblich Nachbarn sein wollen musst du dein Haus hier bauen und wie findet ihr mein Haus wenn ihr mein Haus schön findet dann gibt ein Daumen hoch Daumen runter ja 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 komm her lass es okay bitte ich darf dich töten nein ich möchte das nicht mehr doch du hast es mir wirklich gebraucht lass es lass es okay Alter warte guck warte nicht jetzt ist er sein und guck Nürnberg Mann ist wir haben kein Wolkenpalazzo die Dauer werden immer noch ein und muss er nicht Prozent mehr diese schon werde ich es darf gar nicht fertig sein ein Notman doch sie durften du hörst es doch von mir nur ein Mensch hat mein eigenes an Spocken ja jetzt ich hatte ich habe noch voll viele Sachen in meiner Sachen was ich jetzt gerade gebaut habe ich bin wohl viele Sachen in meiner Hälfte der Sachsen von den Sachen nicht gebaut und der Karte du kannst du kannst du irgendwo einen Mülleimer machen um aber ich hatte ich gehe mal oben und gehen halt dort mit einem Scheiß schmeißen so dass unser Haus wie immer wenn ihr wissen wollt wie das Lied heißt das Lied heißt ganz einfach die Stärks von der Hau Frau Barth an der Hälfte Karl Rätsch oder wie das ausgesprochen wird schon immer das ist falsch ausgesprochen hat aber ziemlich geiles dann ist so ein geiler Soundtrack ganz ab für den Typen der das kreiert hat ja 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 und die Sönigen und Kroniken von Narnia das bleibt ein bisschen will du hörst du die ganze Zeit an ey ja und es ist auch geil es gibt wirklich dumme Leute die einen Soundtrack gut finden und dann die ganze dvd zum Prozent die ganze den ganzen Film zu einem Soundtrack kaufen nur wegen dem Lied statt dass es bei sowas wie YouTube gucken nö ganze dvd kaufen nö gar nicht auspacken ach genau die wir die könnten wir dürfen ja die wichtigsten Sachen nehmen weil wir fangen ja keine neue Staffel an ja wir fangen ja keine neue Staffel ein also ich immer alles was meins geht kann man hat er kann es in YouTube brennen sicher ich bin YouTube wie das ausgestattet war aus all feier 1 aber ich bin ach ich komme dann noch mal wieder neun es kann nicht brennen ja nee seit jetzt bemerkt oder ja also nur in Ruhe hält bei mir ganz Zeit bleibt 30 Frips ganze Zeit bewegt sich nicht doch bisschen aber ganz kurz auch Sprengpulverbrauch nicht das Weg das Weg das das Sprengpulverbrauch und ist nämlich mit das nämlich dass das das Weg das könnte ich noch mitnehmen das mal weg das mit da hat Müll einmal okay gut jetzt gut die wichtigsten Sachen da mitnehmen ich hab keinen Bock noch mal alles zu suchen das nehme ich noch mit einmal Wasser lassen da da und das um drei ja es habe ich um drei benannt ich hab kein Bock jetzt hat hin und herz zu fliegen oder zum Laufmutter kein Plan wo auch Probe ich weiß ich bin ich bin ich bin oh Gott ganz mehr Dinger wegzubringen da und und auch so wie du bist vor mir gegangen zu der die noch zu langen in der Buschmann und so ist es aber nicht gegangen die lustig okay reicht schon mal so viel Platzbräuhe wie auch nicht die könnten hier das sind eine Sorge zu haben sie nur einen Stoff wird ich habe sie so kein Platz was willst du ich kann mich im Arschlücken nur in sich mit Rüstung Spur aus ihr Spaß und er hat sie so ab 1 4 Platz 3 in den Mülleimer genau um bei ihr gespielt er sollte ich jetzt machen genau genau ausbauen die Kinder und wir machen kein Teil der E-Präschen an die Werner verwecken dort ein spaßig schützt sie ihn wir würden aber ich habe es dann jedes bist du ein die Hülle wie lustig Prozent ich lache mich gut das war so gesagt und nicht nur mit der Konkurrenz abgeschäftigt sagt das was hast du gesagt das war ein Hosen Schäußer was hast du gesagt das so ungut ist okay Spaß n um wohl wir haben er war geflogen ja jetzt steht da in der Wohnung absteuert einmal auf der Welt geflogen ist das ist gesehen eher welche wohl gemeint weil ich so kann Guck nicht die ersten Musiker gelangen du sagst also der Gründer ist so gut das ist ein paar zack was soll man das nicht aus der dritte Teil der Berger er soll zwei Stunden ja eben die die Schäden das Alimru ruhig und die Gras Juhl und die Opfer der Bedeutung ist ein Monster wir ich habe es noch keine krieg explodiert ich bin gut ob es kurzer Leck ich bin das ist abhängig ich bin und ein Auto Prozent was er hinten war das ist die 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 Füße die Beleitung die Hörer ich habe schon gesagt als in Ordnung ist da warum ist es nachts immer so dunkel wenn es ist warum ist die Banane Krumm weil keiner den Urwald zog und sie gerade bockt ach so ja genau habe ich voll vergessen ich mache immer fackeln mein Leben zu retten er geht die die das Haus ist unsymmetrisch was habe ich tun 1 2 3 4 5 6 er war nur in der Seite wir haben das ist schlimm muss zwei Fackeln machen die Krupp-Au-Krupp-Au-Krupp so schlimm so hat es schon toll ich brauchen Axt so hier haben wir die scheiß behinderte Axt nur noch nicht bläulich aber bis in der Aux oder was die Krupp-Au-Krupp aus der Spitzkirche und 9 wie lustig Prozent wir sind mit mir doch gut aus dem Busstuhl alles in Ordnung ist da er wird umgekehrt an er ist ja oder die Töcher nun er weiß was ich hasse wenn du in der Nacht rumläufst und wenn man schaffe irgendwie oder so durch die Gegend laufen und ich denke immer so ein Krieger das ist das hier vielleicht Gläser vielleicht cool du hast ein Glas mod was du meistens zuhause habe ich den Glas mod stelle vor ich habe auch ein Becher mod ich bin ich habe ein Bett mod ehrlich scheiße ich habe ein Couch mod ich habe ein Ferne mod ja alter nicht mit der Diaspizik schlappstuhl also ich bin ein Essen 9 die neue ja Entschuldigung ja okay Leute ich mach mal auch eine Pause bis er kommt ich mach dann hier so weiter so das